Der ist jetzt hinter dir, in 3, in Haus 3 NEIN BITCH, HUHRENKIND Jetzt sind wir wieder da, lol Morieu, you died when Elton in the enemy base Wie heißt die größte Insel Kreta? Kreta, ach lol, im Griechenland Kreta, Griechenland Oh, lol, Alter Das war die jenige Wurst Nächste Frage an sie Cheap, Cheap, Strand Wieso haben die eigentlich so komische Namen? Ja, aber wie auch Jawoll, Peter Ja, toll, Peter, toll Irgendwie, ich hab immer das Gefühl, dass bei Peters random Auswahl irgendwie mal Blödsinn kommt Der Mario Kart Gott trollt mich einfach nur Weiß auch nicht, was ich dem angetan habe Hey, lebst du noch? Ja, scheiße Das war doch zu männlich, Christian, das geht aber besser Ja Ich hab echt ein bisschen Glück gehabt, dass ihr nicht alle gekommen seid Der hat mich ganz schön runtergeknallt, ey Boah, der ist mal ein richtiger Knaller Oh Gott, Mama! Oh Gott, Mama! Oh Gott, Mama! Wieso gehst du nicht auf den Ort gucken? Ja, mein Zick ist gerade Aber kommst du um die Ecke Korrekte Antwort Bank, Bank Wer moderierte die Unterhaltungsshow am laufenden Band in den 70ern? Oh, das war gut Irgendjemand aus Holland wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich Ich brauch ne alten Namen Da muss man von Jay dann hören Ach Sepp, deine beste Zeit immer auf die mit den gelben Na gut Ich guck die ganze Zeit zu Ich chill mir hier die Nippel Ja, ich wollte hier den Deckel drauf machen, weißt du? Der Kleine oder der Große? Ja, das ist der Kleine Der Große ist ja riesig Der Große ist echt ganz schön groß Ja So, jetzt hat der Bram Stress Ja Sag mal schön, Bram Ja Ich bin echt zu blöd davon Das machst du sehr gut, Bram Du musst mehr Speed nehmen Ihr hofft, Luke steigt Jawohl Das ist richtig gut Das ist immer in Führung Ah, Bram, merkst du wie gerade dein kleines Anallöchlein eingeschmiert wird? Ja, ich bemerkte das gerade Okay Das wär jetzt auf jeden Fall Der wird schon wieder übermütig mit Hochdäsig Ganz safe jetzt Das ist nicht gut Ganz safe Das kann nicht wahr sein Was hat mich der da getroffen? Komm schon, trifft der Alu Nein Snipe Scheiße Oh Gott Alter Scheiße Habe ich selber getroffen Alter, jetzt wurde ich auch noch gesniped Ach, guck mal Was war das denn? Da war wieder Bananenboy am Start Was war das denn? Was hätte nach dem H kommen sollen dann? Ein I oder so? Im Wort endet doch schon mal auf G oder so? Ja, Muschi Zum Beispiel Oh Leute Krieg ich Was war das denn jetzt schon wieder für Scheiß? Jetzt kommt es echt Hau doch mal ab da Letztes Item Ist es letzter? Ich hab fucking blaues Scheiße bekommen Dann extrudiert den hier alles Search and join again Ja Dann kriegst du ne geile Liste und hast nichts anklicken Was ist denn heute für Scheiß hier, Alter? Ja Muss already loken Enter Kann ich nicht Wieso nicht? Weiß ich nicht, kann nichts tun Du musst jetzt zurück Enter Nein, ich hab Enter gedrückt Nein, jetzt drück doch mal Enter-Pin Du kannst doch alles nur wieder hinaus Ich wünsche, was ich drück Ja, ja, das tut Ich hab bei mir nicht mal ne Möglichkeit irgendwas zu tun Ich seh nur Ich seh wie du nen Charakter ausgewählt hast Das ist es Das ist die Taste rechts übers Schiff Ah da! Throwing! Da, 4! Ne, 4 Exploding Ne, 4 Exploding Scheiße, ne, ich hab 4 Exploding Grenades Ich bin raus! Ja, fick mich doch Du bist raus! Ich komm wieder rein! So, Peter Fail to join the game Ist doch jetzt dein Ernst? Wieso wirst du geliebt? Ich mach eins auf, ja? Wieso wirst du geliebt? Ja, ich... Dann warte mal sehen Ich hab das Game gedrückt, aber ich überhaupt will Was soll ich denn machen? So, ich mein Spiel auf Dann heißt es jetzt P3er mach ich jetzt, ja? Ja, genau, das heißt Reveys im Battler So Play Multiplayer Play Multiplayer Create Season Season not created Wieso nicht? She is not created Wieso? Reicht Session Nein! Ja, auch gut Butter love my ass, alter Wieso kann ich denn jetzt keine Session graden? Loading Jetzt bin ich wieder im Hauptmenü Slow download found Okay, jetzt Was ist das jetzt? Schwarz Bild, könnt ihr das auch sehen? Ja Warning, Text Block G Okay Das ist doch gut Was machst du denn da gerade? Bei mir steht gerade Bei mir steht gerade Ich hab einen grauen Bildschirm, ja? Und den wird sogar aufgenommen Und da steht einfach nur Warning Text Block G Okay, ich mach nochmal dann eine Season auf, ja Ich kann nichts tun! Ich muss ja später starten Sofort Was ist das denn für ein geiler Schrei? Morö! Peter killed you using a blow! Ich hab dich matut, Junge Du hast mir einen geblasen, um mich zu killen Nein, ich hab dich matut, stand da Peter matut Peter killed you using a blow Und da stand da gerade auf Dippelschirmen Ja, ja, Fehler Im Wechsel kriegt man eine Waffe Alles klar, Search and Destroy Jetzt geht's ab, alle Ah, Search and Destroy? Search and Join Ich hab den Müll im Kopf, ey Nosso Gerador foi desativado Ative o Alles klar So, hier War wie ein Headshot Ey! Morö! Erstmal deinen Trust ausgenutzt, ey Alter, du hast Rifle-Sniper-Rail genutzt, Alter Rifle-Sniper Das ist voll clever einfach Du hast keine Sniper-Rifle Du hast einfach was mit Wo ist Sepp denn? Ist der AFK? Ja, wieso? Guck, wo der ist? Ja, das stimmt Das stimmt Kann sein, dass der eine Disco hat oder so Dabei ist da passiert Der Snap ist nicht da Keiner mehr Der ist gemutet Ist der raus? Der ist gemutet Ja, aber ist der denn raus auch? Keine Ahnung Offline oder nicht? Nein Der ist gemutet, wissen wir nicht Offline Ist der raus? Kommt der? Ich weiß Hallo Hallo, hallo Bist du raus? Ich drück ja auch tausendmal während ich hier fahr Nein, bin ich nicht Hey, jetzt ist es mal gut mit den Roten hier Wer war das wohl wieder? Keine Ahnung, wenn er wieder geschossen hat Der Mann, der sein Lächeln verkaufte, ey Gut Es wird eigentlich durch den Raum Die Lächeln rum Viel mehr ist da aber auch nicht drin Ja, jetzt muss ich in die vollste Konzentration Jetzt knie ich mich sogar nieder Nein, das ist der Mensch Ich will halt nicht zu lange umschlagen. Ganz Mist. Ganz klar, ey. Was machst du denn da? Was ist denn los? Da hat die Map dem Dennis einfach mal den Mittelfinger gezeigt. Die Map zeigt über den Mittelfinger. Die hasst mich. Das war ja ein männlicher Schrei. Musst du einfach nur warten, bis Dalu kommt. Scheiße auf Westen brauchst du nicht. Du über Riddas, hab ich mich verklickt. Über Riddas und AWP und kein Kemmler. Das ist doch gut. Das ist die Triple-Glas-Kanone. Wie wird Hepatitis auch noch genannt? Aids. Gelb so. Wie heißt... Oh mein Gott. Was ist los? Das ist kurz AFK, aber die Zeit läuft. Reiner. So. Scheiße, das hätte ich am Anfang bedenken sollen. Das ist ein bisschen eng, das Kostüm. Ich weiß aber... Ich mag das, wenn es im Schritt zieht. Was hast du zum Fekt gemacht? Bis gleich. Bis gleich. Pilze sind so lecker in so einem Rahm-Gulasch mit irgendwas. Da kannst du bestimmt drei Kilo von essen. Wie heißt der Hund von Idefix? Oh. Der Hund von Idefix? Scheiße. Falsche Frage. Was da ist die Antwort gemacht? Aber war die nächste Frage. Jonathan, was für Buchstaben hast du dir ausgewählt? Ich hab das A, das R, das M. Achso, was? Das M, okay. Das M wie Martha. Ich bleib mal auf dem Button. Okay. Das S wie Sackratte. Das H wie Hurensohn. Warte. Okay. Das P wie Peter. Wie viel hat denn der noch? Sechs hat er. Das ist der letzte? Das ist das letzte. Keiner. What the fuck? Ja, dann rat mal. Boah, ich möchte lösen. Ich möchte lösen. Wenn du es jetzt raus haust, Jay, Respekt. Props. Hat gewonnen. Und ansonsten, äh. Aber sieht schon mal sehr actionreich aus. Das gefällt mir. Versicherung, hallo? Was machst du da? Jawohl. Hattest du die AWP mit? Hattest du die Granate gefreut? Hattest du gestorben, Peter? Peter hat einfach richtig gut die Tactics gerade rausgespielt. Muss man aber mal sagen. Neu. So sieht aus. Peter, das ist jetzt eine AWP. Ha, 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 ha. Da habe ich ein Kissen. Achso, ne, das Kissen habe ich weg. Jetzt brauche ich kein Kissen. Man kann versuchen, da was hinter zu halten. Ne, das ergibt keinen Sinn. Ha, 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 ha. Hast du gerade versucht, den Stuhl durchsichtig zu machen, Peter? Ha, 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 ha. Ich chill hier noch eine Runde, ich erkund noch ein bisschen die Bahnen und renke mich an dieser Kante auf da. Du müsst halt drüber schlagen. Echt? Was? Achso! Gut, dass wir nicht auf dem Minigolfplatz gerade nebeneinander stehen, ey, dann hätte ich dich vielleicht getroffen. Auf jetzt geiler Move. Jetzt geiler Move! Gesundheit, Peter. Gesundheit. Danke. Jey wird gleich gekickt. Mit die Bombe nicht. Jey! Jey! Nein! Nein! Ja, ja, Jey. Als ob ich dir einen Headshot gebe. Oh, shit. Und dann Hartgas. Und dann einfach einlochen. Easy. Nein! Du, Golf of your friends, Gott. Was stimmt dir nicht im Tier? Manche würden das als Lack bezeichnen. Und womit isst man das dann? Ja, das ist richtig. Also wir haben Backofen-Pommes dazu gemacht, ist krass. Ich weiß, voll krass, Alter! Backofen-Pommes, Junge! Das ist richtig übertrieben hart, Junge! Erstmal voll abgeht! Der Bram müsste mit seinem Wagen eigentlich gerade... Nee. Nein, nein. Oh, nein, nein. Okay. Okay.